Hey! Was ist denn dein Problem? Nein! Warum ich aber... Nein! Oh. Kann es sein, dass unser Dingens fast benommen ist? Warte mal, ich steche jetzt in dich rein. Oh, der ist kaputt. Dann mit der Metallachs. Da ist er. Sehr gut. Kann ich dich abbauen? Ja, aber ich würde ja gerne Filet haben. Sind deine... Beiß mal rein. Oh nein! Der ist eine Mutter. Der hat... Das war doch früher nicht so. Warum haben die denn jetzt alle immer Babys, Alter? Das ist ja immer richtig traurig. Ich mach mal aus der Third Person. Damit wir etwaigen krassen Gegnern ausweichen können. Wenn man jetzt die ganze Zeit... Sieht das geil aus. Ja, ist ja gut. Ja, ich seh dich. Ja. Manuel, ich... Ist ja gut. Oh nein. Nein, lauf! Ich bin... Raptor, Alter! Den klatschen wir. Den klatschen wir. Komm! Jawohl. Der kann nix. Fress ihn, fress ihn. Da drüben ist aber irgendwas. Wer ist dieses... Weiße Vieh? Da kam auch irgendein Drop runter. Aber die... Die interessieren uns gerade überhaupt nicht. Wir wollen einfach nur nach Hause. Manuel. Der ist... Der ist genauso verrückt wie das Original. Ich sag's euch. Guckt euch den an. Der fliegt die ganze Zeit irgendwie rum. So, Junge. Ist es immer noch zu schwer? Geht jetzt klar? Stimmt. Musste man mit denen nicht immer auf dem Boden? War das nicht so? Oh, ist das cool. Let's go! Wir fliegen. Ja, guck mal. Da brauchen wir keine Brücke, weil wir können einfach freaking fliegen. Das ist wirklich cool. Ach, wie geil das einfach aussieht. Was ist... Oh, Alter! Schrotpatronen! Was ist ein Dunkleos Stois? Das ist so ein riesiger Fisch. Tegi hat nicht... Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich so Lust auf dem hab. Auf den Dunkleos Stois. Spiel abgestürzt. Oh, nein. Krass, zum ersten Mal. Oh, Mann, ey. Hoffentlich hat der gespeichert. Nein! Nein! Es ist alles weg. Ah. Wo ist mein... Da ist... Da ist Manual 3.0. Manual, komm her. Ah. Das tut mir leid, Leute. Das ist halt leider auch arg. Oh, Manual? Manual, du musst da... Du musst da unten raus. Junge, was machst du denn da unten? Warum bist du denn hier? Nein! Du wirst angegriffen! Oh, Gott. Manual, was machst du denn da? Du musst hier unten raus. Jetzt bin ich auch abgesch... Achso. Sorry. Ich dachte, das wäre irgendwie ein ekliger Fisch. Ja, warte mal. Okay. Okay, dann... Manual... Die talkt mit mir. Das braucht Konzentration. Huuuuh! Boah! Junge. Minutes. Alter. Da ist einfach so ein riesiger... Hier noch einer. Junge, wo... Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Das war schon geil. Suboptimal ist leider, dass es gerade Nacht wird. So wirkt es zumindest. Oh, Alter. Der macht uns... Alter, wir wären fast draufgegangen. Ich trodde. Krass. Da wurde ich ein bisschen übermütig. Da dachte ich, ich kann den einen einfach wegklatschen. Aber das war, als ob da unten jetzt so einer ist. Schade. Wäre natürlich geil gewesen, wenn wir da mega... Aber guck mal. Wir holen uns den schon. Nein! Alter! Was ist denn mit denen los? Den musst du ja übertriebenes verteidigen hier. In denen wird ja ständig reingeschlagen. Warte mal, ist das hier nur Faser? Nee, hier ist auch Bären. Hallo, Anki. Du gehörst von mir jetzt, oder nicht? Jawohl. Wie wollen wir ihn denn? Oh, was ist denn jetzt los? Wer macht hier Stress? Macht mal... Ey! Was denn? Ey, ganz ruhig. Geh, geh, geh. Was ist denn jetzt hier los? Ey! Ich werde runtergeschubst. Oh, ich bin fast tot. Oh, ich muss laufen. Alter, was geht denn jetzt? Wer macht hier Stress? Greif doch an! Alter. Okay, einmal kurz hier drauf. Boah, ich bin... Ich muss hier wegfliegen. Ich werde sterben. Nein! Lass meinen Anki, Alter! Nein! Hat der ihn get... Ey, du hast meinen Anki getötet, oder was? Du... Das ist doch ein Scherz. Das ist doch ein Scherz, Mann! Ja, wir müssen hier jetzt auch raus. Wir sind am erfrieren. Ey! Ja, er hat den echt gefressen. Aber das ist auch arg, Mann. Passiv. Hey! Hey! Was ist denn dein Problem? Nein! Nein! Harry, ihr müsst angreifen! Greif an, bitte! Hör auf! Hör auf! Genau, greif mich an! Was soll denn der Mist jetzt? Ich stelle euch alle auf aggressiv. Ja, kommt, kommt. Aber warum greift Harry mich an, Alter? Was ist denn Harrys Problem jetzt? Ja, und die Maus backt wieder. Das ist doch ein Scherz. Junge, was ist das für ein... Harry! Harry, ich bin doch dein Vater, Alter! Ey! Au! Alter, die schlagen mich kaputt. Ach, das sind die dicken Dinger! Okay, den würde ich schon ganz gern behalten. Dann schmeiße ich mal lieber das Fleisch einfach weg. Warte mal, wie schwer sind die? Ja, die Metalltüren werden viel zu schwer für uns sein. Ja, Mist, ey. Weil das wäre doch schon geil, so eine Metalltür zu haben. Mann! Manuel, warum kannst du denn... Warte, was ist denn, wenn wir dich hier leveln? Stimmt, er hat doch noch was! Nein! Das Ding ist plötzlich weg. Oh, nein! Ach, okay. Da hat Paletto zu lang gewartet. Egal. Wäre cool gewesen, ist jetzt aber auch kein so großer Verlust. Ab nach Hause. Ja, da hinten unser Haupthaus. Hier vorne chillt der Rest. Oh, nein. Hallo? Nein! Das Feuer ist ausgegangen und das... Oder ist hier... Nein! Es tut mir leid. Ich wollte, dass euer Kind schlüpft, aber ich habe es, glaube ich, verkackt. Oh. Apropos, ja. Irgend... Oh. Für euch dauert es meistens ja nicht so lang, aber ich fliege manchmal 20 Minuten. Nein, Spiel abgestürzt. Oh, come on! Jetzt bin ich gespannt, wo er gespeichert hat. Oh, ich glaube noch das Ding, wo wir gegen die Schlange gekämpft haben. Oh Gott, die Schlange. Alter. Verpiss dich. Die Kranke. Und ja, da ist auch noch dieser blöde Falter. Agade. Ich bin bewusstlos. Agade, hilf mir. Paletto ist bewusstlos, Alter. Was soll das denn jetzt? Agade, ich werde gefressen. So, da habe ich jetzt selber gealt-effiert. Da hat er nichts gespeichert. Sag mal, wie werde ich denn jetzt hier verarscht? Der hätte mich doch gefressen. So. Nein, er hat gespeichert, wo ich am Boden lag. Agade, du musst mir helfen, bitte. Ich liege hier bewusstlos auf dem Boden, Agade. Dieses Spiel macht mich fertig. Agade. Jetzt verpiss dich auch noch. Agade. Ich raste hier aus. Agade, du kannst auf Paletto jetzt nicht... Agade sagt sie, ich bin weg. Ich habe keinen Bock mehr, Alter. Als ob. Ist er? Das wäre so krank. Der ist runter. Der ist runter. Ich meine, wo soll er sonst so schnell... Wo ist er? Der muss doch hier irgendwo... Ah, er fliegt da oben. Mann, okay. Das wäre auch zu krass gewesen, so ein Quetzel. Komm, geh doch mal wieder zurück, Quetzel. Ich will ihn halt auch nicht umklatschen. Das bringt ja auch nichts. Nein! Nein! Warum ich habe es... Nein! Ich bin so ein Trottel. Ich muss ja hier... Oh Gott. Ich muss... Aber ich spawn ja hier wie so ein Nacki-Dai. Da und dann da rüber. Scheiße. Das gibt es doch nicht. Oh Gott. Ey, gefettfingert. Warum denn jetzt? Agate! Wie kriege ich denn Agate von da oben runter? Agate! Papa ist hier unten. Papa hat Probleme. Papa wird... Ach Mann, Alter. Wie komme ich... Aua! Agate! Mann, Alter. Das ist ein einziger Albtraum, Mann. Es ist ein einziger Albtraum. Es ist ein einziger Albtraum.